Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft Prison zurück. Heute mit Folge 9 sollte es glaube ich sein. Ja, ich glaube schon, ja. Funny ist es, wenn du Folge 7 falsch gesagt hast und jetzt jedes Mal dich daran richtest und dann jedes Mal falsch sagt. Jedes Mal falsch. Naja, hoffen wir es nicht. Ich mach mir mal ein neues Schild, das ist einfach sicher. Ja stimmt, ich sollte mir sowieso... Ich hab irgendwie irgendwie gar nichts mehr. Ich mach dir auch mal ein Schild mit. Ja, Leute, wir haben ja in der letzten Folge wieder sehr viel erlebt. Ich schau auf jeden Fall bei Reds vorbei. Oh nein, jetzt hab ich die Kuh gestoppt. Ich hab sowieso, ich schau grad nebenbei noch mal so komplett Valhalla. Weil unseren Kanälen... Aber ich schau auf meinem Kanal, weil du hast die immer so nicht richtig gecuttet, sondern du hast die einfach so relativ viel uncut gelassen. Ja, das stimmt. Deswegen sind die so lang bei dir und dann wäre ich morgen noch nicht... Also wäre ich nicht so schnell fertig. Okay, müssen wir jetzt... Soll jetzt jemand auf die Insel und die Dias holen? Nö, ich würde erst mal unten noch weiter gucken, oder? Okay, das können wir natürlich... Wobei... Klapp du unten und ich geh hoch, ja? Okay. Das Ding ist, unten haben wir... Weißen wir halt nicht, ob wir noch Dias haben, aber oben haben wir noch safe. Das ist schon mal ganz gut. Deswegen, Leute... Ich würde sowieso nur einen von oben holen. Ach, ich würde... Weil wir erst mal einen Spitzhack machen können. Nein, ob ich es so hole. Wir brauchen halt noch mindestens einen Diamant. Also, einen Diamant-Erz müssen wir mindestens finden, weil... Wir brauchen drei für die Spitzhacke und zwei für den Verzauberungs-Zwischen. Genau. Ja, das haben wir aber nicht. Ja. Weil... Weil wir ein bisschen Monster-Probleme hatten. Das kennt ihr ja von den letzten paar Folgen. Und ja, da sind unsere Spitzhacken halt so ein bisschen flöten gegangen. Äh, unsere Spitzhacken. Ja doch, die Dias-Spitzhacke halt. Ich habe gar keine Eisenspitzhacke in euch gerade. Ich kann das Gold und so hier gar nicht mitnehmen. Ich werfe dir eine runter ins Loch, warte. Hast du denn noch eine Eisen für dich, wenn du... Nee, ich habe zwei... Also, die eine ist aber fast kaputt, aber ist egal. Ja, nee, ja. Feld. Danke. Ja, immerhin. Okay. Ich habe 57 Leitern. Das reicht, glaube ich, nicht bis hoch. Ja, wir haben ja noch Holz, oder? Oder hast du alles benutzt? Nee, ich habe ein bisschen Holz dagelassen. Okay. Damit, falls wir aber alles brauchen. Oh, nee, Silberfische. Ja, Leute, ich kenne dich auch. Aber damit kommen wir schon mal relativ weit hoch. Ja, das stimmt. Wir hatten ja auch hier Silberfische-Plage-Probleme. Die ist immer noch nicht ganz behoben. Aber, naja, was will man machen. Das reicht wahrscheinlich nicht ganz. Wir fehlen so irgendwie so neun Leitern. Ja, aber richtig unnötig. Also, das ist richtig geil. Jetzt kann man hier easy runterspringen. Und dann immer so dran wieder an die Leiter. Und dann fällt man auf den Boden und stirbt dann Fallschaden wie ich jetzt. Glück gehabt. Ja, aber ich mache jetzt doch unser ganzes Holz zu Leitern, damit wir... Weil man muss ja erstmal Sticks draus machen. Weil dann weiß ich, dass wir einmal den Weg nach oben haben mit den Leitern. Und das ist dann easy. Ja. Leute, ihr seht ja auch, wir sind hier relativ tief. Ich kann euch... Wir sind hier eben fünf. Hier ist ja auch Grundstein. Und wir haben hier einfach immer noch... Also doch, wir haben ja in der letzten Folge zum Schluss noch die erst gefunden. Zwei. Einfach immer noch nicht mehr, Alter. Nur Silberfische. Wenn du jetzt einen Erfolg machen würdest, würdest du mich umringen. Nein. Weil ich habe mit meiner rechten Hand meiner Tastatur W und D gedrückt habe. Und drücke dann nach oben und an die Border ran, dass ich nicht von der Leiter falle. Und habe mit der anderen Hand kurz noch einen Snack mitgenommen. Aha. Oh Gott, hier ist ja auch noch Lava. Der warst reingeplumpst. Oh! Ah! Lol. Was ist? Geil. Ich gehe so die Leiter hoch. Oh nein. Und zählt noch einen Erfolg für die Dias. Als ob. Ja. Och nein. Ja, welchen Erfolg machen wir jetzt? Genau an der Border-Grenze. Welchen Erfolg können wir denn noch machen? Ich habe Dias gefunden. Wichtig. Oh, so wichtig. Aber darunter ist die Flava. Da kommt ein Paranoid. Ja, wirklich. Nee, tatsächlich nicht. Was das geht? Kein Lava? Boah, es ist aber auch nur ein einziger Block. Das Spiel gönnt uns gar nichts. Die Diamantärzte sind ja vorgesetzt. Also die hat ja durch das Spiel generiert. Ja. Zack, ein Dia. Okay, jetzt reicht's hier. Dann können wir immerhin schon mal einen Erfolg machen. Dann können wir nämlich die Dias oben abbauen. Boah, imagine jetzt sterbe ich dann. Okay, nee, ich gehe hoch. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Keine Risiken mehr, bitte. Ja, wirklich. So, ich habe hier oben das mal ein bisschen größer gebaut. Okay. Was? Na, diese Plattform. Ich habe halt quasi die Erdeschichten abgetragen. Ah! Was war das denn? Okay, dann können wir jetzt immerhin schon mal ein Nether-Portal machen. Dann können wir ins Nether. Haben wir einen Erfolg mehr. Dann können wir die Dias abbauen. Können einen Zaubertisch machen. Erfolg mehr. Und dann im Nether halt noch weiter schauen. Dort gibt es ja auch noch ein paar Erfolge. Wieso ist das hier zugebaut? Ist das ein Preach? So. Aber jetzt haben wir kein Holz in uns. Eine Spitzaktion. Alter. Wirklich? Nee, wir haben nur noch ein Holzbrett. Haben wir keine Sticks? Alter, was ist denn... Digga, was ist dieses Spiel? Ah doch, hier ist ein Baum. Alter, wie viel Glück muss man da haben? Ey, der ist genau in der Zeit gewachsen, als ich in der Kiste war. Ich wollte gerade mit Knochenmäher den einen groß machen. Wirfst du gerade schon wieder mit Eiern nach Hühnern? Ja. Oh, lol. Aus einem Eis sind gerade... What? Eins, zwei, drei, vier. Lol. Aus einem Eis sind gerade vier Hühner gekommen. Ja, das ist eine Wahrscheinlichkeit von 0, irgendwas. Junge. Junge und Spitzhacke Nummer zwei aus Diamanten. Erstmal in die Lava springen. Ja, würde ich auch sagen. Och, Junge, bitte einfach nicht, Red. Let's go. Okay. Ich habe nicht mal Rüstung. Ja, wow. Ja, egal. Rüstung brauchst du ja auch. Wir haben gar nichts für Rüstung. Doch, wir haben uns ja zwölf... Alter, wir haben mehr Gold als Eisen. Ja, haben wir auch, aber... Ja. Oh, nee. Hier ist ein Skelett. Oh, nein. Einfach nicht sterben, bitte. Du hast tot. Aua. Spinne. Ich gehe jetzt mal auf die Insel da oben. Hier war nicht ausgeleuchtet, mein King. Hier war nicht aus genug geleuchtet, aber ich habe... Oh, ich bin fast runtergefallen. Da ist ein Zombie mit einem Eisenschwert. Der eine hat mir in den Lederhosen gedroppt. Hä? Was ist denn hier unten, das Monster? Ja, weil ich hier unten nicht ausgeleuchtet wurde. Ich habe sie alle gekillt. Und ich habe Essen. Wichtig. Und ich habe Räderhosen. Ihr seht jetzt auch mal, wie es da oben aussieht bei mir. Da war auch viel Schnee. Hier ist noch ein Skelett. Aua. Das würde mich so umbringen. Hier oben an dem Ding war nicht ausgeleuchtet. Und hier hinten in der Ecke gar nicht, wo du gebaut hast, hast du nicht geleuchtet. Ja. Ja, aber hier... Das müsste eigentlich safe sein. Oh, das heißt, wir können jetzt auch unter dieses Secret gucken, was wir gefunden haben. Ich habe so einen Millimeter verfehlt. Naja, egal. Boah, ich bin so dumm. Ich habe einen Shield in der zweiten Hand und nutze es einfach nicht. Ja, du bist wirklich dumm. Hättest du runtergefallen. Also hier... Ja, ich wollte runterfallen in das eine Wasserloch, wo unsere unendliche Wasserquelle ist. Einspringen. Ja, hat ziemlich gut geklappt, ne? Ein Birkensetzling. Was wollen wir mit einem Birkensetzling? Hä, ist doch geil. Was wollen wir mit Birke? Ja, egal. Ein bisschen andere Farbe, ne? Nein, jetzt hauen die ganzen Hühner ab. Kommt, kommt, kommt. Warum? Ja, ich habe aus Versehen gerade das Door hier aufgemacht, Alter. Boah, ich habe einfach eine Krone, Junge. Ich bin jetzt der König aus unserem Team. König, machst du, Alter. Aber ich bin ja der King eigentlich. Bist du nicht? Hast du die Krone oder ich? Oh, da ist hier noch ein Chicken eingeklemmt. Och. Ein Chicken McNuggets. Ein leckeres. Komm, hier nach vorne. Hallo. Ja, ja, ja. Nee. Ach, du bist so behindert. Weißt du das? Ich kann es sagen, ganz nett, wenn du mir ein Wasser einmal runterbringen konntest. Ich schmeiße den meinen einfach kurz runter. Der sitzt da im Wasser. So. Geh mal auf die Seite hier, dann platziere ich die hinten. Der ist aus der Border rausgeschwommen. Nicht deine... Was? Ahas. Ich dachte schon. Das ist alles möglich hier in dieser Welt. Es folgt mir jedes Huhn, ne? Außer dieses eine kleine Küken, das da irgendwie stuck ist hinter den Kisten. Kommt mal hier hin, Alter, bitte. Hört sich so geil an, wenn die alle so watscheln. Hä? Ist das dein Ernst? Bist du jetzt hier in den Stag oder was? Soll ich das Portal einfach schon mal anmachen? Nein. Dann bekommen wir einen Erfolg. Nein. Okay, dann ja nicht. Dann könntest du das ganze Eisen unten abbauen. Ich bin ja aber nicht am Eisen fahren. Das kannst du ja dann machen, aber... Ich will das Portal da anmachen, wo es auf Stäben bleibt. Okay. Was machst du? Den Kreis, der sah scheiße aus. Achso, du wolltest den Kreis machen. Nee, der sah aber scheiße aus. Weil es ein Kreis war. Ach, okay. So, das bleibt alles hier. Das bleibt auch hier. Das bleibt nicht hier. Das nehme ich mit. So, und Licht nehme ich auch mit. Tschüss. Wo hast du denn, wenn du hier hingepackt bist du da? In eine Kiste. Nö, da ist Feuerstein drin. In der einen Kiste war Feuerstein, ne? Ach, alles ob. Achso, nee, aber ich hab... Nee, ich hab da eins zu viel bekommen. Oh. Oh, je. Oh. Ich hab Damage bekommen. Guck, wir haben hier auch eine Border. Weil hier hat's ein Damage bekommen. True. Aber man ist auf jeden Fall geloscht ohne. Guck mal, unser Hand ist auch da. Kies. Ja, nice. Ich geh wieder zurück. Ist mir zu unheil. Aua. Hey. Bleib's. Ja. Aua. Nein. Hör auf, ich bin fast tot. Hey, wieso warst du jetzt eigentlich eher weg als ich? Keine Ahnung, weil das kann. Oh, nee, ich will nicht wieder zurück. Hm. Nein, bitte nicht mich zurückstecken. Oh, mein King, das heißt, wir können wieder mehr Eisen uns holen. Ja. Das heißt sowieso, wir können uns auch noch Dias holen. Wir können uns auch noch den Zaubertisch machen. Ja, aber ich will eigentlich... Oh, dann willst du zuerst... Baue du das Portal ab. Und ich hole die Dias. Die Apikel liegt auf dem Weg nach oben. Lass ich nicht die spawnen, bitte. Wann war was? War gerade die Kurs auf K. Loll, das ist in die, Spitzacke. Haben wir vielleicht eine Neu-Q bekommen? Nee, schade. Wäre auch zu schön gewesen. Ich habe gerade fast von der Leiter gefallen. Stimmt, wir haben ja da oben auch noch die Niäterwelt. Hier ist ja auch Holz. Wir haben ein Stück vom Baum hier oben. Boah, der ist ja brandgefährlich hier. Mini King, ich kann Dias abbauen. Ah, meine Eisenspielzeiger ist fast kaputt. Ich hoffe, das reicht noch für beide. Und nicht nur für den einen. Oh, das reicht noch für beide. Oh ja, perfekt. Ich baue hier noch mehr ab. Sind hier noch mehr Dias? Hier ist auf jeden Fall noch ein Smaragd hinter der Border. Lapislazuli ist auch noch hinter der Border. Also hier oben sind noch Smaragd, Lapislazuli und Kohle hinter der Border. Und noch ein Dias hinter der Border. Oh, nice. Ah, da müssen wir zwei Erfolge für machen. Okay, ich gehe jetzt erstmal runter. Und noch ein Dias. Zwei Dias hinter der Border noch. Oh, meine Dingenspicke ist kaputt. Ging ja, meine Eisenpicke. Nochmal ein Smaragd hinter der Border. Also hier sind noch zwei Dias auf jeden Fall und ein Smaragd auf jeden Fall. Ja, nice. Ja, nice, ne? Und ich baue jetzt hier mit der Axt, die ich nicht mehr im Inventar habe. Schade. Ja, schade drum. Ich baue hier noch das Walz ab. Ist auch noch Gold. Warzeichenholz. Oh. Ich höre hier einen Slime irgendwo. Ja, bestimmt unten, oder? Ich vermute es, ja. Ich bin ja auch unten. Und guck mal auf den Baum drauf. Ist ja cool. Oh Gott, da ist einfach lauter. Hier ist eine Chest. Was ist drin? Ja, aber ich kann sie nicht aufmachen. Sie ist genau eins hinter der Border. Ach, jawohl. Aua, ich bin fast rot. Hä, da ist einfach gerade ein Schleim gestorben. Irgendwie. Moin. Was war das denn? Aber ich kann die Kiste looten. Kannst du das? Ja, kann ich. Ich muss nur einen mit hochnehmen. Ach, da oben ist auch noch. Wieso ist das Eisen immer zu oberst? Ich muss mich die ganze Zeit hochbauen, damit ich das abbauen kann. Oh, für einen Eisenblock. Komm mal hin. Komm, morgen sind wir schon fast eine halbe Stunde. Ja, aber du kannst ja viel cutten. Also als ich Obsidian angefahren habe, das musst du ja bei aller Liebe nicht drin lassen. Ja, das stimmt. Okay. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir die Folge nochmal beenden. Ich komme gleich hoch. Oh, warte mal. Das machen wir aber in meiner Folge. Das gut bleibt. Okay. Wir haben aber nichts zu essen. Ich bin einfach ungeroll. Ja, wieder mal. Ich necke nicht und habe vier Herzen. Unsere Essenssituation ist einfach immer noch nicht optimal. Die wird nie optimal sein. Das stimmt. Aua. Es sei denn, du würdest mal was Nützliches anbauen, wie Kartoffeln oder so. Ja, ich habe keine Kartoffeln. Wo soll ich eine Kartoffeln nehmen? Ein Zombie hat auch noch keine... Stimmt, das sage ich immer noch... Oh Gott, Alter, hier ist ein fetter Slime. Dass irgendwie auch noch kein Zombie irgendwas gedroppt hat. In der Art. Wir haben ja das Zeug nie behalten. Das ist ja alles immer in die Luft geflogen. Stimmt. Ja, da hat es safe schon irgendjemand mal was gedroppt. Sagen wir es so, wir können ja mal... Wenn wir... Einen Weg nach unten haben, der sicher ist und der immer bestehen bleibt... Können wir ja das Licht aus der Höhle wieder weg machen. Ja. Ja. Weil dann ist ja egal. Ich gucke jetzt mal an die Kiste. Zwei Dias. Glück zwei Buch. Oh nö. Oh, aber das ist hier richtig geil. Ja, wir haben ein Glück zwei Buch. Aber wir hätten erst auf den Baum gucken können und dann die Dias abbauen können. Und dann... Hätten wir die unten schon mit Glück zwei abbauen können, die zwei Erze. Ah ja, scheiß drauf. Wir haben ja die Kohle. Ich würde aber sagen, Glück machen wir auf die Diaspitzwecke, oder? Klar. Jetzt haben wir einfach vier Enderperlen. Ne, fünf so über. Das heißt, wir haben jetzt genug, um unten ins Portal zu gehen. Und vier Dias haben wir auch noch. Aber wir haben noch nicht mal Ambos. Und wir haben auch kein Eisen dazu. Stimmt's. Ach, Mann. Und zehn Lohnstaub. Zehn? Zehn Lohnstaub waren da. Wo das denn? Und ein Fichtenholz letztendlich. Okay. Jo, Leute. In dem Sinne würde ich sagen, was ist mit dieser Folge? Schaut bei Red vorbei. Schaut in die Playlist. Da haben wir jetzt noch einen neuen Freund gefunden. Das ist auch sehr schön. Ähm. Sieht zwar ein bisschen weird aus, aber... Naja. Auf jeden Fall, Leute. Oh, lol. Das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abon da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Ciao. Ciao.